Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute möchte ich euch eine Errungenschaft vorstellen, die ihr euch gewünscht habt und zwar das Heimspiel. Heimspiel gehört zu dem Kartenspiel in diesem Spiel Ruhmesgeschichten und ist eigentlich total simpel, nämlich spielt eine Partie Ruhmgeschichten in einem Heim. Das heißt, ihr müsst in einem eurer Häuser, Wohnungen, Zimmer, wie auch immer sein und dieses Spiel starten. Mehr ist es gar nicht. Wie mache ich das Ganze? An der Tastatur, beziehungsweise wenn ihr PC-Spieler seid, mit dem Buchstaben P. Damit öffnen wir hier die Gruppen- und Aktivitäten-Suche. Dann gehen wir hier unten auf Ruhmgeschichten und ich kann es jetzt auf zwei verschiedene Arten starten. Einmal, indem ich einfach der Warteschlange beitrete und ein gewertetes Spiel spiele oder nicht spiele, beziehungsweise ich kann hier oben auch ungewertet einstellen, wenn mir das zu doof ist. Das geht also auch. Oder aber ich lade mir einen Spieler, ein Freund, Freundin, wie auch immer ein und einfach den Namen hier eingeben. Okay, also es muss kein gewertetes Spiel sein. Ja und wenn ich diese Partie beendet habe, zack, gibt es dann auch diese Errungenschaft Heimspiel. Das ist es auch schon, also wirklich eine Errungenschaft, die ganz einfach ist, die man vielleicht einfach nicht hat, weil man noch nie auf die Idee gekommen ist, in einem zu Hause zu spielen, weil man vielleicht auch gar kein Housing macht. Aber ich denke, irgendein kleines Zimmerchen oder so hat jeder. Ansonsten gibt es die ja auch für wirklich wenig Gold zu bekommen. Und wenn ihr so ein Errungenschaftsjäger seid wie ich, dann muss natürlich auch jede Errungenschaft her. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Kartenspiel, mit ESO sowieso und ich freue mich natürlich immer über ein Like und ein Follow und sag damit auch schon wieder Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.